Eure Christina und willkommen zu einem ganz kurzen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr euren Kleiderschrank mitnehmen könnt. Das geht ganz einfach. Ihr stellt ihr Pferd einfach mal an den Schrank. So, steigt ab. Dann geht ihr so nach vorne, dass ihr hier diesen Pferde, diesen Führbutton habt. Klickt auf den Schrank, klickt dann auf den Führbutton und... Das geht ganz einfach. Ihr könnt einfach nur das Fenster hier offen lassen. Ihr könnt wieder... Zack. Ihr könnt aufsteigen. Habt euren Kleiderschrank bei euch. Und gerade, ich hoffe, ihr seht es, die Cornelia Scheiper... Sorry, ich muss gerade den Namen erwähnen. Schreibt der Alina... Was weiß ich, da steht jetzt nicht der Nachname. Dein Pferd ist hässlich. Also, das ist wirklich richtig gemein. Muss ich echt gerade mal sagen. Das macht man echt nicht. Ja, dann habt ihr euren Kleiderschrank meiner Meinung nach sehr praktisch. Habt ihr alles mit dabei. Ja, hier können alles dann nochmal anziehen und sowas. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und bis dann, ihr Lieben. Tschüss.